In den letzten Tagen war es ja sehr frühlingshaft in Deutschland und Hochnikoll haben wir das Ganze zu verdanken. Jetzt kommt aber kalte Luft direkt zu uns. Heute Nachmittag wird es auch ein wenig Regen geben, in Deutschland ist aber nicht allzu viel und zwar an der Ostsee. Im Norden und Osten ist es etwas bewölkt, im Süden kann man noch einen herrlichen Sonnentag genießen. Wenn es Wolken am Himmel gibt, dann sind das einfach nur Quellwolken. Die Temperaturen im Süden auch noch viel angenehmer als im Norden und im Osten. 19 Grad in München und in Stuttgart, 19 in Frankfurt, 10 Grad in Berlin und nur 6 Grad an der Ostsee. Mit dem Wind ist es dann noch frischer. Morgen zieht das Regengebiet Richtung Süden, dann kriegt es der Süden ab, die Temperaturen bleiben im Süden aber noch etwas besser. Im Norden und Osten nur 3 bis 6 Grad, im Süden 13 Grad. Am Sonntag scheint dann auch mal wieder die Sonne und passend zur neuen Woche gibt es dann auch wieder Sonne und vor allem wird es ab Montag zum Glück auch wieder etwas wärmer werden. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von Air Berlin.